Willkommen zu diesem Video. Wir sehen uns gemeinsam an, wie man in Microsoft Excel bestimmte Wörter oder Textabschnitte in einer Liste findet. Oft benötigt man diese Funktion, um Daten zu analysieren oder Informationen zu filtern. Schritt für Schritt erstellen wir nun eine einfache Suchfunktion mit vorgeschrittenen Techniken. Dazu habe ich uns ein Datenbeispiel mitgebracht, damit wir das auch praktisch testen können. Und dieses Beispiel besteht eben aus einer Spalte mit Namen, dann mit einer eindeutigen Nummer und drei weitere Spalten, die wir für unseren Anwendungsfall nicht benötigen werden. Nun zur ersten Anwendung. Und zwar gibt es ja in Microsoft Excel eine spezielle Funktion, um Zellen bedingt zu zählen. Das klingt nun etwas kompliziert. Was bedeutet das nun? Und zwar gibt es die Funktion Zählen, wenn, so ist es richtig geschrieben, um die Anzahl der Zellen mit einem bestimmten Text zu zählen. Diese Funktion erfordert zwei Eingaben und zwar einerseits den Bereich, in dem wir suchen möchten. Das wäre hier die Spalte A und als zweite Eingabe das Suchkriterium. Hier könnten wir beispielsweise nach einem Namen suchen. Ich habe den Namen King Janet ins Auge gefasst und werde diesen hier eingeben. Nun ist die Funktion vollständig mit den Argumenten oder mit den Eingaben befüllt und kann diese nun ausführen. Nun erhalte ich keinen Rückgabewert. Das kann daran liegen, dass ich hier den Namen falsch geschrieben habe. Ich füge diesen nochmal ein. Und tatsächlich, jetzt bekomme ich einen Rückgabewert mit 1. Das bedeutet, dieser Name wurde genau einmal gefunden. Ich könnte beispielsweise diesen Namen hier nochmals einfügen. Und wir sehen, dass sich nun dieser Wert erhöht, da eben dieser Name zweimal in dieser Spalte vorkommt. Ich glaube, die Funktion sollte soweit nun klar sein. Und aufbauend auf dieser Funktion können wir nun viele weitere Techniken einsetzen. Um die Suche nun mit beliebigem Text zu ermöglichen, ohne die Formel ändern zu müssen, gibt es einen Trick. Und zwar, indem wir anstatt diesen fix angegebenen Namen einfach eine Zellenreferenz angeben. Ich kann beispielsweise diese auf hier G3 verlinken. Und wenn ich nun zum Beispiel hier diesen Namen suchen möchte, gebe ich nun diesen hier an. Und die Funktion kann dann, was auch immer hier in der Zelle steht, nach dieser suchen und liefert mir das Ergebnis zurück. Ein wichtiger Zusatz ist, die Excel-Funktion zählen wenn. Achtet nicht auf Groß- und Kleinschreibung. Das bedeutet eben, wie gesagt, dass das bei der Suche berücksichtigt werden soll. Falls, wie gesagt, bei der Suche nach Groß- oder Kleinschreibung unterschieden werden soll. Nun kommen wir zum nächsten Abschnitt. Und zwar die Formel, die im vorherigen Beispiel besprochen wurde, entspricht ja genau den Kriterien. Wenn es mindestens ein anderes Zeichen in einer Zelle gibt, zum Beispiel ein zusätzliches Leerzeichen am Ende, so hätten wir die Situation, dass es keine genaue Übereinstimmung sein kann und diese Zelle wird nicht gezählt. Das sehen wir beispielsweise hier. Wenn ich nun hier erkenne, dass ein Leerzeichen vorhanden ist. Wenn ich das nun lösche, sehen wir, es wurde kein Name in dieser Liste gefunden. Aber auch dafür gibt es nun eine Lösung. Und zwar, wenn wir das durchführen möchten, dass wir einen bestimmten Text in der Spalte suchen möchten, so können wir mit Platzhalterzeichen arbeiten. Und zwar nämlich mit dem Sternchen. Der Sternchen, das entspricht sozusagen bei jeder Sequenz oder Zeichen, wird dann entsprechend repräsentiert. Und das könnte folgendermaßen aussehen. Und zwar, wenn ich hier beispielsweise nur, denn ich nehme an den Vornamen und nicht vollständig den Nachnamen habe, und hier ein Sternchen angebe, so bekomme ich einen Rückgabewert, da beispielsweise dieser Abschnitt, dieser Textabschnitt in der Spalte gefunden wurde. Wir können das noch erweitern, zum Beispiel gäbe es noch die Möglichkeit mit RE. Hier wurde kein Name gefunden oder mit IA, auch keiner. Zum Beispiel William, hier wurde bereits ein Name gefunden. Es gibt auch die Möglichkeit, den spezifischen Text ganz am Anfang zu suchen. Dann können wir sozusagen das Sternchen zu Beginn angeben und könnten nach diesem Wort suchen, und zwar mit der Endung IA. Und dort gibt es schon mehrere Namen, die so enden. Nun liegt es sozusagen auf der Hand. Wir können nun die Funktion sowohl ein Sternchen zu Beginn und ein Sternchen am Ende angeben. Und es wird nur nach diesem Buchstaben gesucht und erhalten hier 26 Werte. Das bedeutet, es ist mit dieser Suche unabhängig, an welcher Position sozusagen das Wort gefunden wird. Auch hier können wir die Suche, wie gesagt, durch die Zellenreferenz dynamisch gestalten. Wir haben auch so die Möglichkeit, eine vereinfachte Suche in Excel durchzuführen. Zum Beispiel könnten wir hier die Sternchen rausnehmen und in der Funktion können wir diese mit einem Hochkomma umzeichnen. Und nun könnten wir nur den Namen oder den Textabschnitt angeben und es wird sozusagen mit den Sternchen vorne und am Ende entsprechend gesucht. Ich hoffe, ich konnte dir damit diese Technik vermitteln. Und falls du Fragen oder auch Ideen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich sehr darüber und freue mich auch sehr darüber, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.